Hallo liebe Follower und Freunde, graue Zugewandte, hier, das ist Infosperrber, die Anschrift ist in Berln und da haben wir ein Bär, ne? Und das ist ja der Fakt, die Bären wie Berlin, die haben ja alles richtig gemacht, da sage ich ja nichts, da ist das nicht Bär gefährt, das geht bequem für in die Ewigkeit, das geht auf Ordnung A-Klecker-Info weiter, hier schreibe ich einen Brief an die Berner Redaktion. Jetzt schaut mal her, wie schön die aufgestellt sind. Schweizerische Stiftung zur Förderung unabhängiger Information SSUI, Jura Blackstraße, 69 in Berln, verantwortliche Redaktion, die Leitung, ein Urs, Barbara, Martina, Pascal, Esther, Marco, Journalistinnen und Journalisten, schaut euch mal die Liste an. Kontertext, Karikaturen, Korrektorinnen und Korrektoren, ich muss mir die öfter in Augenschein nehmen und ich möchte die Hoseana Duett Nachricht eben überbringen, aber ein bisschen Spannung soll dabei sein. Ich werde das Video vielleicht irgendwann veröffentlichen, aber denen den Spaß lassen, das wie beim Abenteuerspielplatz zu entschlüsseln. Was ich sagen will, es gibt ein paar Sekunde, so, da bin ich wieder. Und zwar, hier verfasse ich jetzt in 50.000 Zeilen, geht weit der Text. An Redaktion Infosperber, CH, durch die Republik geht ein Spalt, um nicht Infosperber, sondern Infosperber zu sagen, Homo erforderlich. Müsst ihr verstehen, wir sind zwei Reifen, bei Einigkeit der Republik, ein hingebeinenden Stund im Netzwerk. Die haben immer gesagt, das schaffen wir schon lang, schaffen wir immer, das schaffen wir schon lang, das können wir schon lang. Und wir haben gesagt, das Netzwerk, das ist ein neuer Tanz, das ist alternativ, das ist mal was Neues, das ist mal was Alternatives, das könnt ihr noch nicht so gleich. Und die wurden immer ähnlicher. Für die waren mir die Echokammern, für uns war die Mainstream teilweise die Fake News, die sie da oben runter haben rinnen lassen in die Materie. Geist über Materie. So, jetzt schreiben wir die Infosperber.net. Wäre jetzt für neue Aufmachung Infosperber.net zu sagen. E gibt es die Netitas zur Libertas. Es gibt Linetai zur Liberti. Liberti. Linetai. Linetti zur, und da gibt es den Igel drüben in Dollar. Und da steht Liberti. Und ich brauche die Linetti. Stell dir vor. Es gibt da zwei Listen mit Codes. Und dieser Spalt, wisst ihr, ich wurde, nachdem ich in den Bergen war und pleite zurück zum Vater und in Frankreich einen Hirnspalter fahren habe, Doppeladler. Und dieser Spalt im Sinieren hat seinen Anfang dank den Anfängen. Zehn Jahre ist es ja. Und da habe ich den Terranetzwerk und Terranischen Bund mir vorgestellt. Der Bund ist in die herkömmlichen Kräfte, sprich die Bären. Und da war das Gelingen. Und der Spalt hat sich hinaufgewandert bis zur Einigkeit, die weiter oben vielleicht noch zu Hause ist. In Tatsache, Verlauf und erfolge Dimension ohne Ende. Das darf ich mir mit Gewissheit zeugen Mutter für immer, wenn man sagen darf, mal als Körperlieb bei Geist und Materie halt mal drin. Und auch mal nett. Das ist schon klar. So, jetzt schließe ich die Seite. Ich danke dem Herrn. Und schicke das rüber, das E-Mail. Gehen wir es nochmal durch. Redaktion Info Sperber. Sperrenet. Gibt es ja die Nettke. Manche gehen in die Berge. Gibt es ja die Nettel. Wird es Arbeit geben, wenn es so weiter geht. Das ist eine Demarkationslinie, die verläuft hier mitten durch die Stadt. Müsst ihr euch vorstellen. Um nicht Infos per Berl, sondern per Infos per Berl zu sagen, humor erforderlich. Mein Vorschlag wäre jetzt zur neuen Aufmachung. Sage ich nicht gern. Das sage ich immer weit für weitere oder für aktuellere Aufmachung. Infos per Net. Infos per Net oder Info per Net. Info per Net, dann kommt der Sperl nicht so rein wie bei den anderen. Die Netitas, ja. Das ist, ich bin, ich bin mit Wikinger Großvater und andere hier mit den Bären. Netzwerk Ruhls. Und das sagt uns die Bundeskanzlerin, die Frau Doktor in der Zeitung. NetZero. Was macht der Afrikaner beim Afrofest, der erleuchtet scheint? Sagt auch gleich NetZero. Na warte, ich sage es immer. Info per Berl. Ich mache Werbung für euch. In dem Sinne, gehabt euch wohl, ich lese nochmal durch. Durch die Republik geht ein Spalt. Um nicht Info per Berl, sondern Info per Berl zu sagen. Humor aufforderlich. Mein Vorschlag wäre jetzt für weitere, aktuellere Aufmachung. Info per Net zu sagen. Netitas zu Libertas. Linetare zu Liberti. Da gibt es diesen Dollar. Beschrieben. Ordnung A. Kriegerinfo. In Tatsache verlauft terranisches Netzwerk und terranischer Bund bis United, Interland und Interland. United. Kursbeschreibung des Vehikellerfolger. Skizzen kann ich da noch geben. Muss ich hier bei meinem Blog nur Skizzen eingeben. Skizzen. Dimension, das sind sie nicht richtig zu sehen. Nochmal. Hier sind sie aufgelistet, die Fortschritte. Und zwar hier mal ganz kurz drüber scrollen. Wie wir den Aufbau von Net zu Berl erlebt haben. Hier in fünf Etagen war die Wahl wichtig. Hier in die Dimension war zwischen Mann und Frau Friede wichtig für Endlos weitergehen. Hier war die Wahl, die innerliche zwischen Netzwerkrepublik und Bern wichtig. Sonst werden wir wirklich in Schwierigkeiten kommen. Hier linear, in der Dimension waren Mann, Frau, Friede. Der Schlüssel zum Erfolg. So in dem Sinne. Gebe ich das mal durch. Ich würde sagen, ich schreibe dies jetzt genüsslich dorthin. Und ja, ihr werdet mir viel Freude haben beim Verteilen, hoffe ich auch weiter. Wir werden diese Sache gut handeln, hoffe ich. Im Sinne des Netzwerkes der Gleichheit und Stabilität. Oder wie ich auch titel, hier am Blog, seht-andreas.blogspot.com Einheit, Gleichheit, Netzwerk. Nochmal, Einheit, Gleichheit, Netzwerk. Und da sind auch ein paar schöne Links. Das gebe ich euch noch aneim. Zwei Links auf zwei Gespräche. Einmal betroffen. Jemand, der aus der Republik verschwand. Und einmal ein Verschwörungstheoriegespräch. Bis dahin, gehabt euch wohl. Juuuul.